Hallo und so und schön, dass ihr dabei bist. Wir spielen eine Runde Meerkraft Redwars. Bergwerk auf Gomme. Ja, mit Mates. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber naja. Wir geben ihnen mal eine Chance. Äh, okay. Ja, ich schreibe einfach fest gar nichts. Mal gucken, wie schnell die sind. Ah, okay. Das war auf jeden Fall schon mal nicht so gut. Bitte lass mich bauen. Bitte. Danke. Ja, und mit dem kleinen Thema, äh, Streaming bzw. zwei Videos am Tag, ähm, würdet ihr euch einen Stream oder zwei Videos am Tag angucken, äh, ist jetzt eure Sache. Entweder rechts oben ein kleines Infokärtchen oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare. Das ist, glaube ich, die einfache Lösung von beiden. Ja, und da freue ich mich auf jeden Fall schon mal, was ihr davon haltet. Mir ist beides sehr lieb, wobei, ähm, die zwei Videos am Tag einfach uncut wären, wobei der Stream ja auch uncut wäre. Und daher habe ich wahrscheinlich noch mehr Dreck als sonst, weil ich keine Themen parat habe. Aber dann könnte ich auf jeden Fall mal mit... Der Versuch allein war erbärmlich. Ähm, könnte ich auf jeden Fall mit euch eine Runde mal zocken. Und das wäre doch eigentlich ganz lustig. So, die Streams werden zwar nur in 720p, also HD und 30fps, weil mein Prozess das mal wieder nicht gehandelt bekommt. Ich werde da mir auch echt mal einen neuen besorgen wahrscheinlich. Ähm, könnte aber noch ein bisschen dauern. Mal gucken, wann ich den habe. Und welches Modell ich mir dann überhaupt hole. Ich denke mal wieder in AMD, weil ich finde es gut. Gut, naja, tut jetzt nichts mehr zur Sache. Ist einfach nur so eine Frage an euch. Gut. Das war mir klar. Lol! Naja, das... Ne? War auf jeden Fall recht viel Schaden, den er mir wieder mit einem Schlag gedrückt hat. Aber egal. Ähm, tja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf eure Antworten. Und wir werden jetzt einfach noch die Runde eben zu Ende spielen. Ich werde, ähm, auch mal gucken, wie ich das dann mit, äh, also auf was ich streame. Twitch oder YouTube. Ich finde YouTube eigentlich ein bisschen eleganter. Aber mal gucken. Shit! Das war knapp. Jetzt verfolgt der Chaco mich. Äh, gehen wir zu blau. Hä, was sollte das denn? Hau mich halt noch, obwohl ich zu blau unterwegs bin, ne? Naja. Noch haben wir ein Bett, noch ist nichts verloren. Und ich werde mal eben... Warum sag ich es überhaupt? Warum? Naja. Ich hätte halt nicht... Hilfe! 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 Sie fuckt mich immer noch. Oh, ich glaube, sie nimmt gerade mein ganzes Team auseinander. Oder? Ne, sie wurde gethittet, oder? Sie wurde echt gekillt. Cool. Okay, mein Team hat doch noch was geschafft. Finde ich gut. Oh, ich will da ein Eisen. Für die Rüstung und das Schwert. Äh, ja. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir bleiben einfach ein bisschen passiv. Ist nicht meine Art, aber gut. Was bleibt uns anderes übrig? Möchte ich auch ausnahmsweise mal eine vernünftige Folgenlänge hinbekommen. Joa. Gut. Äh, ich werde dann auch jetzt gleich neue Musik anmachen, sobald ich mir hier Items gekauft habe. Genau. So. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen Locally Sourced. Wart man wahrscheinlich kaum. Weil das Lied irgendwie verdammt leise ist. Naja. Ich habe auch ein bisschen an den Mikrofoneinstellungen rumprobiert. Und, ach ja, ähm, da meinten ja zwei Menschen, also, beziehungsweise der eine, der hat mich halt freundlich darauf angesprochen, der Todd war das, den kenne ich auch, äh, der hat mich freundlich darauf angesprochen, dass ein Video von mir ohne Ton aufgenommen wurde. Ähm, nein, das war kein Video, sondern ein Stream, ein Test-Stream. Das hatte ich jetzt leider nicht als Titel ergänzt. Tut mir ein Nachteile, nicht leid, denn, ähm, tja, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass YouTube das sieht, beziehungsweise halt vermerkt, dass es ein Stream ist. Was soll das denn jetzt hier? Geh mal weg, Diggy. Nein! Nein, 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 nein! Das sah so traurig aus. Es sah einfach so erbärmlich aus. Seit wann spielst du Minecraft Bad Wars? Seit drei Tagen? Du musst doch verstehen, dass er dich einfach runternocken kann. Naja. Gut, dann, äh, versuche ich halt mit dem Typen was zu reißen. Er scheint ja ganz ordentlich Okay, er leckt Ich nehme es zurück Ähm, ach übrigens Irgendwie habe ich durch das Internet teilweise eine bessere Ping aufkommen Hatte ich letztens sieben sogar Schießt einfach an meine Mate vorbei Okay, der wird auseinandergenommen Oder wir werden auseinandergenommen Scheiße, schnell zurück Er hat einfach durch meine Mate geschossen Naja, egal Auf jeden Fall habe ich auf den meisten Servern zur meisten Zeit ein besseres Internet Ich weiß eigentlich gar nicht, woran das liegt Weil die Ping sollte eigentlich Internet unabhängig sein Aber gut, ist mir auch egal Vielleicht ist einfach nicht so viel durchgekommen, dass ich sie ausnutzen konnte Oh, das ist irgendwie nicht ruhig, das ist traurig Keine Ahnung, wie das da reingekommen ist Ping, 26 Naja Aber ist ja auch egal Ping ist ja eh nicht meine Sache Ich kann kein Ping playen Deshalb ist auch egal Gut Oder auch nicht Soll ich eigentlich mal andere Spiele spielen außer Minecraft? Ich könnte ja noch Ne? Fun Games oder sowas Halt Wie Stickman Ich habe ja mal Bowman gebt Mein Mate ist wahrscheinlich tot Ne, er lebt tatsächlich noch Aber ich weiß nicht wo Ist der da unten? Ja, ich glaube der ist da unten Support oder Ja, okay Der Typ da oben wird mir wohl keine Gefahr sein Äh Die Musik passt ganz gut, glaube ich Ähm Gut Hä? Was machen die denn hier gerade? Und ich hätte jetzt echt eine bessere Ping erwartet Aber gut Ist mir auch egal Ähm Kommt ja nicht auf die Ping an Meistens Sondern eher auf den Skill Äh Mein Mate lebt Mein Mate hat sogar geschafft In die Mitte Zu gehen Ja, der Range Äh Und sich Gold zu safen Finde ich gut von dem Äh Ich hoffe Der hat mir nur ein bisschen was mitgenommen Was habt ihr denn für eine Range? Das ist Gommi Ihr dürftet keine Range haben Naja Von was werde ich abgeschossen? Das ist wichtig Sonst kann ich nicht zurückrennen Vielleicht Die scheinen aber alle keinen Bogen zu haben Alter Macht noch mehr Schaden, ne? Aber was haben die denn bitte für eine Ping? Oder für eine Range halt teilweise? Darf ich eine Nuller Range gegen? Oder ich hab einfach zu lang Okay, ich dachte schon Er schießt mich ab Okay Gold Bitte? Oh, sag mir nicht Er hat nichts übrig Sag mir bitte Er hat nichts übrig Er hat keins Ja, aber in die Mitte Komm ich jetzt wohl auch eher Oder weniger Ich wüsste halt echt mal gern Wer hier noch einen Bogen hat Oder war das schon bei Mate Direkt am Anfang Der auf mich geschossen hat Ah, ich glaub Der Fall kam aus einer anderen Egal Ähm Ich werd gleich Oh shit Ich weiß jetzt wer einen Bogen hat Das ist eigentlich vorteilhaft Ich glaub es ist nämlich gelb Der gegenüber von uns Auf jeden Fall der gegenüber von uns Beziehungsweise Vielleicht stand auch einer in der Mitte Ne, es ist gelb Ähm Ja, erstmal eine bessere Spitzhacke Dann Home Teleporter Man könnte mit der Trap Vergessen Musik anzumachen Ist mir aber auch grad mal kurz egal Denn es ist eigentlich grad mehr spannend Ich könnte natürlich dramatische Musik anmachen Aber Habe ich grad eigentlich keine Zeit Äh Wir gucken gleich Was wir mit Musik anmachen Jetzt ist erstmal wichtig Dass wir uns vielleicht ein bisschen Gold holen können Tatsächlich Wir haben die Spawner reduziert Die Assis AsiTV Mit Simon Unge Oder so Shit Ich hab doch Home Teleporter Das fällt mir jetzt ein Ne Mir fällt jetzt ein Oh Ich hab ja einen Home Teleporter Ich könnte mich auch einfach ganz simpel zurückporten Oh ne Wo ist er hin Lol Ach der Typ ist im Spinnennetz Tschüss Mein Mate lebt immer noch Wo ist denn der Der ist nicht so gesprächig leider Gut Ich guck jetzt mal nach Kurz dramatischer Musik Dramatisch D D D D A B C D E F G Hier ist D Dramatisch Was darf ich überhaupt davon verwenden Auf jeden Fall Driving Force Oder Das darf ich auf jeden Fall verwenden Das ist von Silent Partner Der sagt nie was Deshalb heißt der auch so Okay da ist mein Mate tatsächlich Jetzt wäre es ganz interessant zu wissen Wo der Rest ist Aber welche Minute sind wir denn Zehn Zehn Okay dann Fünf Minuten Dann hätte ich mal endlich eine vernünftige Folgenlänge Äh Ich würde mich mal eine Rendezance ein bisschen höher stellen So auf zwölf Können wir auch über die Inseln gucken So Nein Jetzt ist es blöd Dass es klingelt Jetzt kann ich gerade nichts machen Gut Oder kann ich doch kurz aufmachen Äh Ein Mate steht da Muss kurz Tür auf Tür Tür auf Machen Eine Sekündchen Eine Sekündchen Eine Deine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020